Bei der Zubereitung überlassen wir nichts dem Zufall. Die Rezepte, die hier zubereitet werden, stammen aus den beliebtesten deutschen Kochbüchern sowie Internetseiten für Rezepte. Wie häufig in deutschen Haushalten Rezepte, Bücher oder Internetrecherche verwendet werden, haben wir ebenfalls in einer Befragung erhoben. Hier haben wir auch studienrelevante Details erfragt, wie beispielsweise, kochen Sie Ihre Kartoffeln lieber mit Schale oder bevorzugen Sie Pellkartoffeln? Oder in welchem Verhältnis mischen Sie sich Ihre Saftschorle?